herzlich willkommen zu let's play genshin impact ja wir machen heute heute fangen wir dann mit der story quest von leo an wie ich letztes mal glaube ich sogar versprochen hatte dann warten wir gar nicht so viel und fangen direkt an bevor wir das machen versuchen wir uns hier diesen geodings zu holen wenn er hier schon mal so so frei ist können wie ich auch mal nutzen so dann wollen wir mal richtung leo harbour laufen können wir hier noch mal ein bisschen anbeten können wir tatsächlich nicht aber gut dann machen wir uns auf den weg das ist ja auch eins machen wir das auch mal ja wie kommen wir denn jetzt eigentlich schon zu dann machen wir das mal anticken noch ja verdammt stimmt ja wir müssen ja noch die elementarkraft wieder richtig einstellen wird mal bitte wieder geoh damit zwar die sind damit haben wir jetzt die macht man eigentlich geoh geosynergie beständig das gestein erhöht den erhöht die schuldeffizienz um 15 prozent der verleihtfiguren schutz von schild folgen gemerkt man erhöht der verursachte schaden um 15 prozent geoh widerstand von gegner dem das ist ja nicht mal so schlecht da ist leo harvard da waren wir zwar schon ein oder das andere mal aber jedes mal schön wieder so naja wie viele haben wir das war nicht dass sie sie wollte äh wird gucken ja gerne 143 ja das sind oh ja sehr gut wir sind weniger als 40 äh davon weg einfach zwei äh zwei fünf sterne charaktere oder waffen zu bekommen das finde ich tatsächlich persönlich sehr gut so dann wollen wir mal seid aber bereit ich auch nicht du kennst doch sicher du kennst doch den genauen ort oder bei man bei man weiß was was ist was ist was 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 ist was dann machen wir den also der titel des streams stimmt ja eigentlich sogar noch wir haben wir sozusagen im anführungszeichen mit den äh der quest begonnen aber äh Schau mal an, es gibt keine Obligation zu kaufen. Wir suchen den Liyue-Volumen der Tavac-Travel-Guide. Hast du es in stock? Sorry, dear. Wir haben das ein sehr lange Zeit gebraucht. Es war einfach nicht so, was es nicht verkauft. Huh? Aber der Mondstadt-Volumen war so interessant. Bummer. Das ist, der Autor es zu persönlich gemacht hat, und der Resultat war nicht wirklich so, wie ein Guide. Es war gar nicht so, wie ein Guide. Und die wenigen Reiseern, die es gekauft haben, haben nachher Verkaufungen gemacht. Das ist ein Schade. Der Mondstadt-Volumen war ein gutes Lied, sogar als ein adventureres Diary. Das Fakt ist, dass ich es nicht in stock. Wenn du es lernst, probierst du dir Glück an Chang' IX. Wer ist Chang' IX? Ein Buch-Kollektor, der in Chang' Xiu-Viläge wohnt. Er ist ein totaler Grouch. Aber er wird sich selbst verhalten, wenn die Gespräche über die Bücher zu sprechen. Er war ein regularer Gastronomie hier, wenn er in Liyue-Hörbär. Und ich habe ihn immer noch ein bisschen aus-deutschen Buch oder zwei, immer noch ein paar Mal. Wer hat jemand gesagt, aus-deutschen Buchs? Ja. Taucht doch nicht so plötzlich auf. Da kriegt man ja noch eine Herzinfarkt. Entschuldigung, Meilish. Where are my manners? Mein Name ist Sing Cho, ein humble Literaturenthusiast, der passiert, dass sie übernommen sind. Seitdem du und ich beide in der Suche von verlassenen Büchern, sagen wir, dass wir zusammengeheben nach Maut Ching-Se und uns eine Besitzung an Chang' IX. Das stimmt. Du könntest uns auf dem... Du könntest uns auf dem Weg zeigen. Du könntest uns den Weg zeigen. Mein Glück, liebe Buch-Lover. Yeah. So, unterhalte dich. Okay, dann können wir jetzt mal mit der... Dann können wir dich jetzt mal... Können... Wann ist meine Kamera eigentlich eingefroren? Äh... 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 So, weiter geht's. Dann wollen wir mal anfangen, mit den Leuten... Die Leute zu benerven. Hm, hm, hm. Nee, das ist nicht die richtige Aufgabe. Äh... Das ist die richtige Aufgabe. So, run, hi. Oh, okay. Oh, are you also foreigners here for the right of dissension? To think I've lived in Liu'u all these years and never come to see this before. Oh? das war super der zwar keine nützlichen informationen gegeben aber das war Und auch sie selbst, Ningguang, hat sich in den Schatten gestalten. Sie wollen die Röcke, die von Geo-Vision-Holdern, auszübten von Taxation zu werden. Wow, das ist ein super-professionell legales. Ja. Haha, um auf dem Puls der Predigungen und dem Markt zu sein, ist das, was dieses Harbour macht, was es ist. Nach den sieben, Rex Lapis ist der größte Deiner. Sein künstleres Gefühl der Strategie ist sehr vertraut in seinen Menschen. Entschuldigung, dass die Predigungen so schnell wie möglich macht, kann alle Unterschiede in deinem Glück machen. Also klar, ich habe die Quest-Trail schon durchgequestet, aber ich habe die tatsächlich mehr geskippt, als wirklich eingenommen. Die Krinksi, äh, Jinx-Ri von Lui? Oh, Paimon knows this one! Mon's stat is to freedom, as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Kising, the seven leaders of the seven enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Chising is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Damn, there is a second vent is our heart here. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Great, then we can start our experience off with the right of descension. Good choice. Then get going. To the high ground. It's over, Anakin. I have the high ground. So. Where are they at all? How can we do that? Am... Besten? Here. Where are you? Ah... Ah... What? So... Geo-Traveler then... Make yourself a user mad... Taro smash! Oh, das ist eine Küste. Eine Reward on the road. Ja, können wir machen eigentlich. Ivanovic. Ah ja, der klingt nicht so chinesisch. Der klingt mehr so russisch. Der klingt mehr so russisch. Ja. Das ist eine Frau Ninguang von der Liu Shixing. Nur diejenigen, die in Liu können über die russisch. Oh ja, nicht sicher, ob Sie wissen, aber die meisten der Adepti sind in der Form von verschiedenen Beasts. Ich habe gehört, dass, wenn man diese Formal-Occationen hat, Rex Lampis selbst erscheint wie eine selestielle Kreuz zwischen zwei von Liu's ancient mythicalen Kreaturen. Ah, sorry, ich sollte nicht Ihren Willen interrumpfen. Bitte, mach das. Beete an der anderen Seite. Genau, wir her. Shang Shun. Jetzt. Oh, du willst auch ein bisschen Adepti-Luck? Haha, es scheint, dass du viel kennst. Danke schön. Ich wünsche mir, dass ich bald meine Schwester finden werde. Ah! Great! Now that we're all done with the wish, und ich wünsche mir, ich glaube, wir können hier einfach warten, um Dinge zu beginnen. Hm. Wer weiß, wie lange die Frau Ning-Wang-Lady dauert. Ja, 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 ja. Pure Warterei, sag ich dir. Gemeinsam mit Perlman hast du auf dem Kinderadapten-Ceramini gewartet. Wow, schau mal an die Leute! Wir müssen nach vorne gehen, wir können hier nicht sehen. Die Zeit ist auf uns. oder? Hey. Was ist das? Da haben wir getötet. Seil die Ausrufe. Damn. Was? Was ist passiert? Hat sie gerade gesagt, Rex Lapis ist ... ... der Geo-Archon ist ... ... tot? Oh nein! Die Milileth! Sieht aus, wie sie zu nahe sind. Hm, hm, hm. Paimon ist verrückt. Der Geo-Archon ist zwischen uns. Warte. Wir sind nahe. Sind wir Suspekte? Warte, wo geht's? Oh nein! Oh! Es gibt auch ein paar Soldaten! Deine Identität! Du kannst nicht der Geo-Archon sein, aber ... ... wir können sie dich nicht holen lassen! Aber ... ... können wir davon aus ... Shit. ... ... ... ... ... ... ... können wir immer noch so wie kommen wir jetzt am besten vorbei auch wir haben es geschafft was super macht okay folgen wir der person einfach welcher muss man anspannen um magischerweise fliegen zu können so insensitive you have no idea just how tiring flowing around wait just who are you exactly call me child child what so we're supposed to dote on you no no not at all it's an alias of sorts in monstadt i don't suppose you came across a senora by any chance oh no don't get all about her shall we i'm here to help you yes help i'm not a bad guy okay perhaps i'm kind of a bad guy but i'm not here to give you any trouble would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed the ruling chising of leeway has always been overly suspicious of us well can you honestly blame them ich liebe palm and sard okay sure maintaining a distance between strangers is probably a good idea either way i'm already used to it at this stage but right now if you want to clear yourself of any suspicion you need to get yourself to northland bank staying here isn't an option as the old year was saying goes the walls have ears ja meine kamera ist wieder mal eingefroren sprich mit dem grafen bei der bank des nordens das machen wir dann aber erstmal in der nächsten folge